Ich bin Malziesa Derzadeh, von dem ersten Beruf bin ich operationtechnische Assistentin und jetzt bin ich Menschenbegleiter und Coach. Ich bin zum ersten Mal hier bei Mojaviri. Saeed Mojaviri kenne ich seit 25 Jahren von meiner besten Freundin, schon aus dem Iran. Und seit 20 Jahren bin ich in Deutschland und hatte ich den Mut, nicht hierher kommen alleine und jetzt ist meine Freundin da. Ich bin begeistert. Es ist so wundervolle Werke hier und ich wünsche, dass jeder diese Möglichkeit hat und hierher kommt, um das zu besuchen. Die ganze Galerie spricht meiner Hyperaktivität. Die Bilder sind in Bewegung und so tolle Farben. Sie sehen mich auch. Ich liebe Farben, knallige Farben und ich bin einfach begeistert und stolz auf Saeed Mojaviri, der Iraner, den ich hier in Berlin als Diamant kennenlerne.